Conny! Eine Frage! Eine Frage Conny! Warum rufst du nicht mehr an bei mir? Warum rufst du nicht mehr an? Warum rufst du nicht mehr an bei mir? Warum rufst du nicht mehr an bei mir? Will ich's wissen und ich frag mich, so dass du euch bist, ich jetzt weiß, was den Sieben macht, der heißt, ich schiebe übelst auf dem Geist. Keine Ahnung, warum rufst du nicht mehr an bei mir? Ich weiß, dass man das nicht mehr an kann, doch ich schenk dir gar nicht dran! Vielleicht wird es nicht weitergeben, wenn ich dann halt in deinem Leben Ich weiß, dass man da irgendwann einfliegt, auch wenn du so für alle lebt. Warum rufst du nicht mehr an bei mir? 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 Vielleicht, ich geh' den Kram, will ich den Telefonisch brä, deine Mama dräht. Ich hab' mir erst nicht da, ich geh' den Wind und auch mal nicht mehr. Und ich hab' mir beide schon auf Komplikation. Zu verkacken bist gar nicht mal so verkracht. Aufsachen ist mein Verzüge, schlacht, dein Land. Scheint das Schuh ab, wird das nachein und ich geh Oh, 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 oh Sterne wie ich schon mal um zufrieden, mein Lieber Vor allem hin, kann ich jetzt jetzt noch ein fein und sein Oh, 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 oh Warum wofst du nicht mehr an bei mir? 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 Jawoll! Vielen Dank, Conny! Ich glaube, bevor wir weitermachen, bitte, es war Zeit für den Pfeffi. Oh!